Hey, ich bin Steve von Venue und in diesem Video geht es um das Venue Tape und wie man es richtig verwendet. Mit dem Venue Tape könnt ihr die Stoßkanten zwischen den einzelnen Kautschukplatten schließen. Um euch das zu zeigen, zerschneide ich einmal eine Kautschukplatte, aber als Tipp, Cuttermesser eignen sich nicht so gut dazu, die werden relativ schnell stumpf, deswegen haben wir in unseren Venue Sets nämlich Keramikmesser. Generell lassen sich die Platten auch deutlich leichter schneiden, wenn man die Klebefolie nach oben packt. Dazu kann man sich auch an den Linien auf der Rückseite gut orientieren, um gerade Schnitte zu machen. Und wie man hier richtig schön erkennt, das Keramikmesser geht durch das Material wie Butter. Da franzt nichts aus und auch im Schnitt genauso muss eine Schnittkante aussehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das quasi zwei Platten sind, die im Fahrzeug irgendwo verklebt werden und aneinanderstoßen, dann wollen wir natürlich nicht, dass sich in dem Spalt dazwischen, der sich eventuell bildet, Tauwasser bilden kann. Und um das zu verhindern, verschließen wir den Spalt wasserdampfdiffusionsdicht mit dem Venue Tape. Am einfachsten lässt sich das Venue Tape verarbeiten, indem ihr einfach ein Stück abzieht, das aufklebt und euch dann Stück für Stück nach vorne arbeitet. Dadurch habt ihr Schritt für Schritt die Position vom Tape im Blick und das Tape wirft vor allem keine Falten. Dann streicht ihr nochmal über das Tape rüber und drückt das vernünftig an und dann ist es fertig. Durch das Tape können wir jetzt auch bei unsauberer Verarbeitung zwischen den Platten garantieren, dass wir da eine Wasserdampfdiffusionsdichte Barriere haben. Dadurch kann sich natürlich kein Tauwasser in den Spalten zwischen der Platte mehr bilden. Lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen, falls noch Fragen offen sind.